Damit nochmal hallo und herzlich willkommen zum heutigen Meeting. Wie gerade schon angesprochen, wir wollen heute über das Thema Ordertypen sprechen. Was gibt es für Fragen? Ich denke, grundsätzlich ist es ein Thema, wo auch tatsächlich teilweise fortgeschrittene Leute Fragen zu haben. Und aus meiner Sicht ist es super wichtig, dass man das versteht. Was ist euer grundsätzliches Verständnis von Ordertypen? Um das Ganze zu verstehen, sind glaube ich zwei Sachen sehr, sehr entscheidend. Und zwar die Frage, wie kann ich mich eigentlich im Markt bewegen? Und da sollten zwei Begrifflichkeiten relevant sein. Und welche Begriffe meine ich damit wohl? Ich gebe einen vor, dann ist es ziemlich einfach. Ich kann mich ziemlich Pre und After, das haben wir schon bereits, wie trage ich After aus im Pre-Market, zwei Begriffe, Long und Short, sagt Matthias, das ist richtig. In welche Richtung? Aber ich meine vor allen Dingen, wir können uns ziemlich aktiv in den Markt oder im Markt bewegen, im Markt bewegen oder involvieren, wie auch immer. Und wir können das passiv machen. Und das bedeutet, diese passive Seite, das können wir uns vorstellen. Ich versuche es immer mit einer Analogie. Also, ihr seid wieder irgendwo auf einem sehr schönen Wochenmarkt oder Wochenendmarkt und ihr geht irgendwo hin. Und ihr habt das Bedürfnis, heute eine schöne Gartenparty und ihr wollt etwas sehr, sehr, sehr aktiv gestalten. Ja, das bedeutet, Preise sind euch relativ egal. Ihr habt sozusagen eine Verpflichtung, x Güter oder Waren zu kaufen und ihr müsst dementsprechend ziemlich aktiv sein. Und sozusagen die aktuellen Marktpreise, ja, da kommt schon der Begriff Market, ja, Market Orders, also Market oder Marktpreise, die müssen wir einfach nehmen. Warum? Sonst gibt es Ärger, ja, ihr habt eine Gartenparty angekündigt und ihr habt nichts da. Ja, gut, kommen 30 Leute und ihr sagt, ja, heute hat es alles einen Euro mehr gekostet, heute gibt es nichts. Kann man machen, ist okay, aber ihr versteht das Beispiel. Der Markt entscheidet also letztendlich, weil ihr den Drang habt, was ihr braucht, ihr kauft es zum verfügbaren Markt. Wenn ihr ein bisschen mehr Geduld hättet, ja, so ein deutsches Hobby ist, glaube ich, Prospekte gucken, ja. Ja, ich persönlich jetzt nicht der Fan von, aber man kriegt das so mit und Leute machen das gerne und das ist auch völlig in Ordnung. Und das ist aus meiner Sicht ein Beispiel, man schaut da rein, es ist ja auch unterhaltsam, macht man vielleicht mal sonntags und Wochenendblatt oder so, geht da durch und schaut sich das einfach an. Einfach damit man ein bisschen mal was anderes sieht und so weiter. Und wenn man da reinschaut, sieht man vielleicht irgendwelche Angebote. Und das wäre letztendlich fast wie eine Limit Order aus meiner Sicht. Ihr habt nicht so das Bedürfnis, direkt etwas jetzt zu kaufen und ihr recherchiert mehr und ihr schaut größer über den Markt und bestimmt selbst oder lasst den Markt auf euch zukommen. Im Internet wäre das, ihr geht auf irgendeine Website, die trackt euch und die trackt euch so lange und macht euch immer bessere Angebote, bis ihr irgendwann zuschlagt. Ihr lasst den Markt auf euch, ja, zukommen und ihr habt zu zahlen euer mentales Limit. Ja, ihr würdet beispielsweise nicht irgendwie, ähm, irgendwie, was weiß ich, irgendein elektronisches Gerät kostet nun mal 200 Euro und, äh, das gibt es vielleicht auch manchmal für 150 Euro. Und dann wartet ihr auf eine gewisse Cyber Week, bei welchem Unternehmen auch immer, das ist mir völlig egal. Und ihr denkt, nur dann ist es für mich relevant und mein Limit sind 130 Euro. Und dann könnt ihr euch entscheiden zu dem Zeitpunkt, ja, boah, puh, jetzt machen die mir das Angebot, ich möchte, das ist jetzt auf 135 Euro runtergesetzt, aber kaufe ich das? Das heißt, im Kopf sagt ihr nicht, ich nehme hier diesen Marktpreis, sondern mein Limit sind eigentlich 130 Euro. Und wenn wir das jetzt mal einfach untereinander sehen, ähm, und ich mache das mal so, ist das nicht schon fast die Börse, Matthias? Also, wir würden jetzt sagen, at market, mache ich mal grün, ah, das war alles grün, das mache ich also rückgängig. Ähm, also ihr könnt euch vorstellen, ja, ich mache mal hier den Hintergrund so und ich umrande das mal und ich hoffe jetzt, dass ich hier so einen Rahmen habe. Ähm, genau, also, wir springen hier nochmal zum Text kurz zurück und dann kriegt ihr eine Vorstellung. Also, der Marktpreis wäre 200 Euro und wenn wir das Ganze jetzt in einen Chart übertragen würden, dann können wir uns vorstellen, dass wir irgendwie eine Aktie haben, die sich irgendwo bewegt. Ja, und gerade ist die aktuell, wo ist der Markt, wo ist der Wochenmarkt, was wird angeboten? Es wird eben angeboten, dass man gerade eben dieses elektronische Produkt oder wir können sagen, das ist eine Aktie, eine elektronische Aktie, was auch immer, die kostet gerade zum Marktpreis 200 Euro und genau wie ihr jetzt das ganze Jahr oder was auch immer darauf wartet, würdet ihr sagen, ihr möchtet den Kram nur kaufen, wenn er nicht mehr 200 kostet, sondern 130 Euro kostet. Was wäre das sozusagen mental, was wir da machen? Was ist das? A, und das habt ihr gerade schon richtig gesagt, wir können long oder short gehen, richtig? Das heißt, wir können immer entscheiden, kaufen wir etwas oder sind wir tatsächlich auch die Verkäufer, ja? Also Buyer für Käufer oder eben sind wir die Seller. Wir haben gerade gesagt, wir möchten diese Aktie oder wir möchten dieses Produkt kaufen. Es ist nichts anderes, es ist ein Markt, ja? Wir sagen also, wir wollen das nicht direkt kaufen, sondern wir wollen da drauf warten. Und wir sehen auch schon, der Preis dessen, der muss quasi fallen. Und dieses Fallen, das dauert eine gewisse Zeit. Immer wenn wir sozusagen uns Charts angucken, haben wir eine X-Achse, wir haben eine Y-Achse. Diese X-Achse, das ist meist Zeit, ja? T für Zeit. Und hier haben wir sozusagen dann eben den Preis. Und, oder Preis können wir einfach so darstellen. Zack. Und, ähm, ja, das ist nicht das Schönste. Ihr könnt euch das Ganze vorstellen. So, wir lassen nochmal Christoph kurz rein. Sehr schön. Perfekt. Also, wir haben Preis und wir haben letztendlich dann hier die Zeit. Wir warten also, dass der Preis zu uns kommt und dementsprechend, wer dieser Order-Typ, den wir da aufgeben, im Markt, das ist eine ganz einfache Buy-Limit-Order. Ja, das ist eine Buy-Limit-Order. Und wichtig dafür ist, genau so muss es im Markt sein. Eine Buy-Limit-Order, die kann ich genau so nutzen, indem ich darauf warte, dass ich schaue, wo ist der aktuelle Preis, wo ist der aktuelle Preis also, ja? Und da können wir mal ganz kurz eben hier in Trading View gehen. Wir haben hier gerade eine Aktie, das ist App. Und wenn ich den Kram jetzt nicht bei 79 kaufen möchte, wo gerade der Markt ist, sondern bei 78,50 kaufen möchte, ja? Ja, exakt das, was wir hier sehen. Wir sind hier und ich möchte etwas kaufen, ja? Ich möchte etwas kaufen und, ja, wir wissen, warum wir was kaufen. Gerade, wir sind sozusagen, wir haben nichts, wir wollen etwas kaufen, um uns in den Markt reinzukaufen, um eine Position aufzunehmen. Das ist erstmal der erste Fall, ja? Also sozusagen, wir haben nichts, wir haben null, unsere Bilanz, und wir wollen jetzt etwas kaufen. Sagen wir mal, wir wollen eine, ja, Aktie kaufen oder wir wollen ein elektronisches Gerät kaufen. Dann ist von 0 auf 1, ja, das ist Plus. Dementsprechend würden wir uns positiv, also netto long, wie man sagt, positionieren. Wenn ich also nicht sage, boah, 79 ist mir immer noch zu teuer, ich möchte das bei 78,50 machen, dann wüssten wir jetzt ganz klar, hier zu diesem Preis kann ich nur genau das machen, ja? Stellt euch vor, wie sich der Markt bewegt, dann kann man sich das ziemlich gut merken. Wir sind irgendwo, wir erwarten, dass es eben höher geht und das macht man mit einer Buy Limit Order, ja? Das würde bedeuten, wir gehen hier hin, wir machen einen Rechtsklick, wir gehen hier rein, Trade, Buy App, eine Aktie mit dem Limit. Ja, wir würden hier Paper Trading verbinden und so weiter und so fort, wir können das mal machen. Ja, auch da nochmal der Hinweis, wie man das kurz einrichtet, ja, die meisten, die hier neu starten auch, vielleicht zuschauen, für die relevant eben hier einfach auch das Konto vielleicht zurückzusetzen und vielleicht auch Kommission reinzupacken. Ja, da werde ich häufig gefragt, was sind normale Kommissionen? Ja, guckt einfach bei den Brokern, wenn ihr 1 Dollar pro Trade macht oder so, ist das etwas, was durchaus Sinn macht. Das Konto zurücksetzen macht ihr so, indem ihr da nochmal draufklickt, hier draufklickt und dann könnt ihr sagen, ja, wenn ihr später mit 5.000 Dollar startet, dann solltet ihr auch hier im Demo Trading das auf 5.000 Dollar zurücksetzen und habt einen vernünftigen Betrag. So, wir klicken also jetzt hier drauf im Demo Trading und wir sagen Buy Limit, eine Order. Ja, und das war's. Jetzt sehen wir, unser Limit liegt dort, ja, ich könnte mir das rein theoretisch sogar noch anzeigen lassen, indem ich hier unter Ereignisse sage Trading und ich möchte die Orders sehen. Die Orders sind sozusagen die offenen Aufträge und ich möchte auch eine Position sehen. Ich habe jetzt gerade noch keine Position, weil der Preis noch nicht zu mir hingekommen ist und das ist so der natürlichste Grund, wie man kauft. Jetzt gibt es noch einen anderen Fall, ja, und zwar, wer kann sich diesen Fall vorstellen? Wir haben jetzt diesen Fall, wir haben einen Preis hier oben, wir wollen tiefer kaufen, um es tatsächlich auch zu kaufen, nicht um sozusagen rauszugehen und wir wollen trotzdem die gleiche Order, ein Buy Limit Typ anwenden. Wie würden wir das machen und in welchem Fall würden wir das machen? Alright, folgendes Beispiel. Wir sind nochmal hier auf dem Wochenmarkt und wir sagen jetzt, Matthias veranstaltet in Berlin eine Party und du musst jetzt die Waren kaufen und ich habe gesagt, wenn sozusagen Druck herrscht, dann kaufen wir das auch zum Marktpreis. Aber ähnlich, wie wir gesagt haben, der Marktpreis ist uns zu hoch und wir warten, dass der Markt uns entgegenkommt, können wir auch sagen, ja, ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, der Marktpreis ist teuer, ich muss es zahlen, aber mein Maximum, das ist eben hier bei 200, sagen wir 20 Euro für eben dieses Produkt. Und das, Leute, das ist eBay oder war eBay, keine Ahnung, ob es eBay noch gibt, Kleinanzeigen, hört man mehr von. Man überbietet sich und wisst ihr, dass ihr bei eBay konntet ihr nicht nur einstellen, ich möchte 201 Euro bieten, sondern ihr konntet einstellen wie so ein Smart Bidding oder was weiß ich, wie das hieß, dass ihr sagen konntet, mein Limit sind 220 Euro, aber das aktuelle Gebot, gute Frage, komme gleich zu, das aktuelle Gebot sind 200, ihr würdet also nicht direkt 220 bieten, sondern ihr würdet einstellen, ich möchte erstmal 201 bieten, aber wenn jetzt jemand dazwischen überbietet, dann ziehe ich nach maximal bis 220. Und das wäre erstmal eine Buy-Limit-Order. Ihr könnt sozusagen oberhalb des aktuellen Preises kaufen. Das ist dann nichts anderes sozusagen, wie das ausgelöst wird, wie eine Market-Order, weil ihr quasi hier rennt, ey, ich zahle direkt den Preis, 200 liegen ja gerade auf dem Tisch, aber ich zahle maximal 220. Das wird in der Sekunde wichtig, wenn ihr sicherstellen wollt, dass wenn der Markt ganz dünn ist und jemand vielleicht sehr schnell 400 bieten würde, dann würdet ihr nicht sagen, ich gehe zum Marktpreis egal mit, ganz viele bieten, 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 bieten. Und ihr würdet einfach sagen so, ich biete jetzt, weil wenn das in der Sekunde so schnell ist, ja, früher wie gesagt, das ging ja manchmal richtig schnell und ihr hättet aber kein Limit eingestellt, dann habt ihr vielleicht nicht aktualisiert und in der Zwischenzeit wurden 20, 30 neue Gebote angegeben und ihr sagt einfach, ich überbiete, aber ihr habt nicht definiert, wie weit geht ihr mit. Und das wäre Slippage auf gut Deutsch. Das ist, ja, Slippage, dieser Begriff, wenn euer Ausführungskurs nicht der ist, den ihr eigentlich wolltet oder zu weit weg ist von dem, was ihr wolltet. Das bedeutet, ja, ich würde sozusagen, ich weiß, was ihr mit Market Order meint, ihr wollt einfach rein, aber ihr könnt das Gleiche immer machen, indem ihr einfach mit gutem Abstand über dem aktuellen Marktpreis Buy Limit macht. Ihr kriegt direkt den nächst verfügbaren Marktpreis, aber maximal bis da oben. Und so könnt ihr sagen, ja, wenn es jetzt eine liquide Situation ist oder eine schnelle Situation vor allen Dingen, eine volatile, wollte ich sagen, wenn es jetzt eine Situation ist, in der es super schnell geht, ja, gucken wir uns jetzt mal so, ja, gemis, heute nicht super schnell, gucken wir uns Nvidia an beispielsweise, das ist ja heute sehr, sehr stark wieder, ja, klassisches Setup, bricht aus und so weiter und so fort, ja, First Day Play, eigentlich perfekt, ja, VWAP steigt und so weiter und so fort. Und ihr würdet jetzt sagen, okay, ich will jetzt kaufen und ich könnte das einfach machen, wenn wir hier hingehen, ich mache mal dieses Trading Panel gerade auf und ich könnte einfach Folgendes machen. Ich könnte einfach sagen, ich möchte, ich stelle auf den Markt und ich kaufe. Also, bumm, ich habe keine Ahnung, wo ich diesen Kram kaufe. Ich vertraue darauf, dass sozusagen die Aktie einfach sehr liquide ist und dass ich jetzt da irgendwo drin bin. Und unten kam gerade auch die Bestätigung und ich könnte jetzt hier draufklicken und ich sehe, ja, ich würde ausgeführt bei 149,36. Wenn ich aber jetzt beispielsweise sagen würde, ja, wie viele davon gab es, wie viele Aktien gab es eigentlich zu dem Preis? Eine Aktie war jetzt quasi gar nichts. Was ist aber, wenn ich eine große Position handele? Und man wird sich dann vielleicht sogar angucken, dafür ist dieses Dom da, wie viele Kontrakte sind da vorhanden? Also, wie viele von den Bratwürstchen, die ihr euch kaufen wollt auf dem Wochenmarkt, sind zu diesem aktuellen Preis bei diesem Verkäufer vorhanden? Da sind zwei. Wenn ich also sage sozusagen, ich kaufe Attenmarket und ich sage, ich kaufe hier alle Kartoffeln auf dem ganzen Markt, dann wisst ihr nicht, wie viel das kostet. Ihr habt zwar einen Startpreis, aber wenn die sozusagen wissen, ja, der nächste Verkäufer verkauft es eigentlich teurer und so weiter, dann wird es teuer und dann habt ihr wieder das gleiche Slippage. Das heißt, hier in diesem Fall würdet ihr sagen, ja, ich kaufe X an Aktien, aber maximal ein Dollar Slippage oder sowas. Würde bedeuten, ich würde eigentlich gar keine Market Order nutzen, selbst wenn ich direkt rein möchte, sondern ich würde eine Limit Order nutzen und jetzt haben wir gerade gelernt, wir können die unterhalb des Preises legen und drauf warten, das ist dieser erste Fall, ja, in dem wir, okay, ich habe mich vertippt, ich wollte hier auf die 45 gehen, genau, dass man das auch mal sieht, genau, wir wollen drauf warten, oder aber ich will aggressiv rein, ja, aktiv rein, und dann kann ich auch sagen, ja, gerade wenn man eine größere Position eben handelt und was dazu führen kann, die Liquidität an den nächsten Verkäuferlevel ist relativ klein, dann führt das dazu, dass ich den Markt bewege, ja. Nvidia ist natürlich eine teure Aktie und so weiter und so fort, aber, ja, ihr habt häufig Markteinfluss, wenn ihr schon 1.000 Aktien handelt, ja. Und dementsprechend würde ich dann sagen, Limit und jetzt sind wir ungefähr bei 149,90 und hier sehen wir sozusagen den Verkäuferpreis immer um, den Käuferpreis hier unten und ich würde sagen, okay, diese 1.000 Aktien bis sozusagen, ja, ich kaufe, das ist immer diese linke Seite oder andersrum würde ich es hier machen, bei Kauflimit bis 1.000, bis 1.000, 40, 50, ja. Würden wir jetzt nochmal schauen, wo sind gerade die Verkäufer, dann würden wir sehen, ja, die sind 30 Cent runter und das wird schon bedeuten, wenn man das jetzt kauft, kann es sein, dass man selbst den Markt dahin schießt, aber gleichzeitig alles, was nicht sozusagen ausgeführt worden ist, liegt dann als Limit Order auf der Bit-Seite, auf der Käuferseite, eben bei unserem, ja, bei unserem definierten Level und dann müssten wir den Markt zurückkommen lassen. Das heißt, wenn ihr manchmal in einem Orderbuch guckt und so, darauf würde ich jetzt nicht eingehen, das wäre jetzt hier für diese Session zu viel und wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber dann wird man sehen, dass jemand ganz aggressiv, vielleicht mit 50.000 Aktien, es fliegt quasi in eine Richtung und auf einmal sieht man noch den Rest seiner Order, der dann vielleicht noch 40.000, 50.000 Aktien sind und die werden dann per Limit gefüllt, ja. Das wäre genau so ein Fall eben, ja. Und jetzt passiert hier irgendwas und jetzt ist die Frage, wir schauen uns mal an, was passiert und wie verkaufen wir das? Wir können AdMarket wieder verkaufen, haben wir wieder das gleiche Problem, ja. Ich weiß zwar gerade, wo der Marktpreis ist und der Käufer ist hier gerade bei 1050, 16, ja. Wir verkaufen sozusagen dem Käufer etwas, ja. Wollen wir jetzt, wie die anderen Verkäufer, einen besseren Preis haben, dann müssen wir uns einreihen. Ja, der Verkaufspreis ist immer höher als der Kaufpreis. Das ist ganz wichtig und diese Differenz dazwischen, das ist eben der Spread. Das heißt, wenn ich jetzt aggressiv wieder verkaufe, habe ich kaum Gewinn gemacht, aber mein Durchschnittspreis ist 1 Dollar im Gewinn jetzt gerade. Okay. Das heißt, was man jetzt versuchen würde, ist sozusagen jetzt zum Gewinn zu verkaufen und wir sagen jetzt einfach mal, wir machen das in 100 Aktien-Schritten und ich könnte eine davon einfach verkaufen, Market. Dann, und das zeige ich euch einmal, haben wir auch gerade die Position, dass man einfach mal sieht, wie viele Aktien haben wir gerade. Und im Pay-Pay-Pay-Trading konnte ich scheinbar 0,99 Aktien irgendwie kaufen oder sowas. Keine Ahnung, was das ist. Aber jetzt verkaufe ich einfach mal AdMarket. Das bedeutet, wir gehen hier unten auf dieses Level und verkaufen da. So, ja, da sehen wir jetzt, dass, habe ich es richtig gemacht? Muss ich mal kurz gucken oder, doch, zu 1050, 39. Ja, aber ich kann auch sagen, ich habe gerade das Gefühl, der Markt kommt mir ein bisschen entgegen und ich platziere ein bisschen mehr positiv, weil dieser Spread ja schon ziemlich groß ist. Da platziere ich jetzt meine Order. In Realität, und das ist ein bisschen schade bei Pay-Pay-Pay-Trading, in Realität wäre ich schon längst gefüllt worden. Sobald sozusagen Offers auf den, oder ja, eben Ticks, Volumen auf der Offer-Seite durchgeht, wäre ich gefüllt worden. Im Pay-Pay-Modus ist das leider nicht der Fall. Da muss sozusagen der Käuferpreis höher gehen, was es von der Ausführung eher macht wie eine Market Order. Die Realität ist aber so, dass wenn jetzt hier gehandelt wird und ich hier eine Order hätte, kann es sein, dass ich trotz des Spreads dort gehandelt werde. Und das führt dazu, dass jetzt sehen wir, hier wird verkauft, hier wird verkauft, hier wird verkauft, dass wenn ich mich davor setze, beispielsweise, jetzt ist hier ein Kontrakt durchgegangen, jetzt wäre ich schon raus. Hier ist nicht zu 100% genau das. Genau. Und so funktioniert Trading letztendlich. Wir steigen im Trend ein. Jetzt der Fall. Wo käme jetzt beispielsweise der Stop-Loss hin? Wir sind also in den Markt gegangen und wir runden jetzt das Beispiel ab. Wir können in Zukunft noch mal mehrere Beispiele machen. Und die Frage übrigens, wie ich in Aftermarket oder Premarket einsteige, nur so, nur mit Buy-Limit und mit Sell-Limit. Warum? Es gibt gar nicht den Typ Markt. Der Markt hat noch nicht geöffnet. Das heißt, hier könnt ihr eh nichts machen, das ist Paper Trading. Aber wenn ihr auf eurer Broker-Plattform seid, ihr könnt de facto nicht at market was machen. Aber die meisten Broker können per Limit Order im Premarket was machen. Und dann würdet ihr das genauso machen. Ja, wenn ich also jetzt Angst hätte und Verlust hätte und sage, mein Stop-Loss, ja, der käme hier drunter, dann gibt es den de facto nicht. Wie komme ich also aus den restlichen Aktien raus, aus diesen 401 Aktien? Indem ich die verkaufe. Immer das Gegenteil von dem, was ich gerade habe. Ich habe eine Kaufposition, also kann ich verkaufen. Ich kann im Gewinn verkaufen, das haben wir gerade getan. Oder ich kann im Verlust verkaufen. Und hier unten wäre der Worst Case, das wäre mein Verlustfall und dann würde ich dort verkaufen. Und auch da wieder, ja, in diesem Fall würde es runtergehen und ich kann es nicht at market machen und ich kann auch keine automatische Stop Order haben. Das würde bedeuten, im After-Hours oder Pre-Market, da müsste ich sozusagen unterhalb des aktuellen Marktpreises, wenn da ich mal nicht zum Markt handeln kann, würde ich auf die Verkaufsseite gehen mit dem Sell-Preis. Also angenommen, ich sehe, der Markt geht auf 1044, dann würde ich vielleicht machen 1042. Ich will um jeden Preis rauskommen, aber ich will das machen, ja. Und wenn ich da nicht rauskomme, dann würde ich hier nochmal fein justieren und sagen 1041 und so weiter und so fort, dass ich rausgehe, aber nicht auf einmal irgendwas Komisches passiert und ich erst hier unten gefüllt werde, ja. So würde das funktionieren. Es ist die Gegenseite dessen. Damit haben wir also Buy-Limit abgedeckt, damit haben wir Sell-Limit abgedeckt und ihr merkt, der Grund kann gegensätzlich sein. Ich hätte jetzt gerade die Orders, wo ich per Sell-Limit verkauft habe, die habe ich jetzt gemacht, um aus meiner Position rauszugehen. Aber wäre ich erst damit gestartet, dann hätte ich mich jetzt Short positioniert. Und hätte ich hier das Gegenteil gemacht, dann wäre ich jetzt im Verlust. Es ist nur so, mit welcher Seite fangt ihr an. Ich könnte jetzt auch wieder kaufen. Jetzt kommen wir noch abschließend zu den Stop-Typen. Wenn ich jetzt erst sage, hey, wir haben gelernt, Ad-Market kaufen, ich bin direkt drin. Buy-Limit oberhalb des Preises, ich bin auch direkt drin, aber maximal bis zu meinem Limit. Wir haben gelernt, wenn der Preis zurückkommen soll, damit wir kaufen, dann nehmen wir eine Buy-Limit-Order. Jetzt gibt es noch Stop-Typen. Und ein Stop ist aus meiner Sicht nur ein Zusatzattribut. Ein Stop als solches bedeutet nichts. Es bedeutet nicht Sell, es bedeutet nicht Buy, es ist ein Attribut, wann diese Order sozusagen ausgeführt wird. Wenn ich also etwas möchte, und das ist ein ganz gutes Beispiel, ich möchte dazwischen nicht agieren, ich möchte nicht zwischen dieser 200 agieren und ich möchte nicht erst bei der 130 agieren. Wir haben sozusagen gesehen, was wir hier machen ist, direkt in den Markt zu kaufen oder direkt zu verkaufen, wenn wir Sell-Limit hätten. Aber wenn wir erst sozusagen hier stehen bei der 200-Dollar-Marke und erst bei 400 kaufen möchten, dann ist es bislang ja noch gar nicht möglich, oder? Weil wir sozusagen sagen, ich möchte erst bei 400 kaufen, weil es noch weitergeht. Wir hatten irgendwie nur den Fall, dass wir bei 200 warten, dass es bei 130 weitergeht oder bei 195, was auch immer, also unterhalb des Preises weitergeht. Oder wir hatten den Fall, wenn wir quasi auch das erwarten, dass wir das mit einer Market-Order direkt ausführen, aber wir sind direkt drin, oder mit einer Buy-Limit-Order. Aber nicht der Fall, dass wir sozusagen Level überspringen und erst sagen, erst wenn der Markt das erreicht. Und exakt das ist eine Buy-Stop-Order. Und die nutzen wir häufig als Stop-Loss. Auch das ist eigentlich ja nur ein Attribut, was zusätzlich zum Attribut Stop sagt, dass wir scheinbar schon eine Position haben, die durch unseren Stop jetzt verliert. Es ist nur ein Attribut. Es ist nur ein Attribut. Deswegen ist wichtig, dass ihr sie sozusagen rein kennt. Buy-Market, Buy-Limit. Und Stop ist auch wichtig. Es gibt sogar Stop-Buy-Limit. Das braucht man in den seltensten Fällen, denn wir nutzen Stops wirklich immer in Kombination mit Market. Das ist das Wichtigste. Denn angenommen, man möchte mit einer Stop-Order, und das schreibe ich einmal auf, mit Stop-Order in den Markt gehen. Dann ist es uns ja scheinbar wichtig, in den Markt zu kommen. Aber dann könnte man immer noch Buy-Stop-Limit. Dann ist das sozusagen in diesem Beispiel, wir stehen bei 200, aber bei 400 bricht dieser Chart aus. Und dann mache ich eine Buy-Stop-Limit-Order bei 400. Und genau wie jetzt, wo ich eine Buy-Limit-Order mache, sage von 200 möchte ich maximal, in diesem Fall bis 220, den Markt hochhauen. Dann sage ich, ich habe eine Buy-Stop-Order, die bei 400 triggert, aber mein Limit sind 405 Euro. Das heißt, irgendwo zwischen 400 und 405 Euro hau mich in den Markt, aber nicht bei 410, auch nicht bei 406. Das ist eine Buy-Stop-Limit-Order. Wenn wir aber sagen, Stop-Order, dann müssen wir ganz klar sagen, wollen wir häufig ausstoppen. Und das ist uns wichtig. Damit wollen wir unsere Verluste realisieren. Und da wollen wir nicht sagen, zu welchem Preis. Da wollen wir zu jedem Preis raus. Das ist unsere Lebensversicherung. Weil wenn der Markt uns überspringt, ja, dann ist es blöd, dann haben wir vielleicht mehr verloren, als wir wollten. Aber dann wollen wir nicht sagen, ja, jetzt warte ich bis morgen. Dann haben wir keine Chance, irgendwie noch uns abzusichern. Ja, im Worst Case immer raus. Das bedeutet, diese Art von Stop-Order, ja, Stop-Loss nämlich, da schreibe ich nochmal ein, Stop-Loss-Order, da geht es hier um das Losen. Und das bedeutet, das ist immer eine Stop-Market-Order. Wenn wir sozusagen von 200 auf 400 gehen, ich will raus. Und ob es bei 405 ist, 400, 406, 407, I don't care, ich will raus, weil ich verliere. Und das wäre schon das Beispiel. Hä, wie kann ich verlieren mit einer Stop-Buy-Order bei 400 von 200 ausgesehen? Ja, wenn ich bei 200 geschortet habe, läuft es 200 Dollar gegen mich und dann sage ich eine Stop-Buy-Order. Also wenn mir jemand sagt, ich habe eine Stop-Buy-Order bei 100 Dollar, dann weiß ich, A, der Preis muss noch da drunter sein, aktuell, sonst wäre die nämlich schon ausgeführt. Und B, er wird sehr wahrscheinlich, ja, wenn er sagt, eine Stop-Loss-Buy-Order, dann weiß ich, er ist short. In diesem Fall, wenn wir einmal zurückgehen zu TradingView, dann sehen wir, dieser Trade läuft herrlich und wir können jetzt sagen, bei 1054 möchte ich noch mehr kaufen, dann geht das ab wie sonst was. Dann würde ich also auf Type gehen und ich würde jetzt einen Rechtsklick machen, hier, können auch hier drüber machen und ich sage, Buy nochmal 100 Nvidia mit einem Stop-Buy-Order. Und TradingView interessiert es jetzt nicht, warum ich das mache. Habe ich also 100 Aktien short und ich lasse mich hier mit einer Buy-Stop-Order austoppen, weil minus 100 hier short und plus 100 wäre 0, dann hätte diese Buy-Order mit 100 Aktien minus 100, plus 100 wäre 0 und würde dazu führen, dass wir verlieren. Die Differenz eben zwischen 100 Aktien von hier bis hier hin. Das wären dann 600 Dollar oder sowas. So, jetzt ist es aber so, dass ich in 400 Aktien bin und mir der Buy-Stop-Order hier setze. Hier würde ich also sozusagen noch mehr kaufen und wir können das einfach mal aus Spaß hier machen. Ich ziehe die runter und erst wenn der Markt jetzt darüber springt, geht es. Ich kann mich sozusagen auch, ich kann das auch aggressiv machen, sobald ich sie lege. Ich glaube, es geht nicht, je nach Plattform ist immer unterschiedlich. Sagen Sie manchmal so, der Preis, du bist unter dem Preis, das geht nicht mit dem Order-Typ, ja, dann liegt das da dran. Jetzt geht der Markt auch runter, ja, ist ein bisschen schwierig, sich jetzt einstoppen zu lassen. Ja, ihr versteht die Idee, ich hätte dann nicht nur 400 Aktien, sondern 502 Aktien und mein Durchschnittspreis, der wird natürlich ein bisschen höher gehen. Ja, jetzt gleich passiert das hoffentlich. So, jetzt habe ich mehr Aktien und mein Durchschnittspreis hat sich neu errechnet, ist natürlich ein bisschen hochgegangen, aber dadurch, dass es 20% nur mehr waren, ja, ist es jetzt nicht viel krasser gegangen. So, und jetzt könnte ich wieder auf der Gegenseite sagen, hey, jetzt möchte ich verkaufen. Wie mache ich das? Per Market Limit, ja, nach unten könnte ich mich jetzt absichern, mit einem Stop-Loss sozusagen. Ja, dann mache ich mal einen Stop und hier steht nur Sell-Stop. Ich weiß aber, das ist ein Stop-Loss. Ich nutze also nicht diese Stop-Loss-Orders hier, kann man machen, ja, dann sind das so verknüpfte Orders. Lass uns da nochmal drüber sprechen, die nächsten Male, sondern rein theoretisch, wenn ich jetzt das matche, was ich hier auch habe, ja, diese 502 Aktien, sage ich einfach mal, ähm, oder bearbeiten, wenn es jetzt hierhin ginge, dann bin ich plus 500, minus 500 sind null, auch dann wäre ich aus dem Markt raus. Das ist mein Stop-Loss. Ja, Trading View macht es natürlich einfach. Wir können jetzt einfach hier was runterziehen und dann ist es nichts anderes. Dann steht hier Stop-Loss und das verwirrt uns, weil, ja, was ist das jetzt eigentlich für ein Order-Typ? Das ist ein Stop-Sell-Order, ja, aber die sagen, du, ist deine Position, wir sichern dich damit ab. Ja, dann ist Trading einfacher, definitiv, aber wir wollen es dennoch verstehen. So, auf der Gegenseite können wir jetzt wieder per Limit verkaufen. Wir können auch per Market verkaufen, indem ich einfach sage, hey, ähm, ich verkaufe jetzt immer 100 Aktien, ganz langsam, bumm. Ja, das waren wir eben über einen Dollar, den wir da gemacht haben, extra, ähm, und die Kernposition läuft noch. Wenn ich aber nicht so aggressiv verkaufen möchte, würde ich das per Limit-Order machen. Ja, ich würde gucken vielleicht, wo liegen hier eigentlich die Verkäufer? Ja, hier sehe ich gerade gar nichts, ja, ähm, würde wieder sagen, hier möchte ich jetzt irgendwo nochmal 100 Aktien verkaufen. Ich lasse dem Markt ein bisschen entgegenkommen und wir sehen, der Spread, das sind 25 Cent. Ja, wenn man da ein bisschen geduldig ist, kann man den allein bekommen. Jetzt in der Situation wäre ich schon längst wieder raus, ja, ähm, weil wir zwischen dem Spread sind. Also das ist nur im Paper Trading dann so komisch, ja. Jetzt gehen wir höher. Ich möchte mehr in die Stärke verkaufen. Ja, ich sehe, dass die Struktur hier beim letzten Mal gehalten hat. Hier wird es jetzt relativ schwierig, ja. Gehen wir ein bisschen dazwischen, hoffen, dass es dann klappt. Auch da wäre ich jetzt schon wieder raus, ja. Jetzt, ja, sehr wahrscheinlich wäre ich jetzt raus. Ja, jetzt bin ich aus den Ausrauchts. Jetzt habe ich nur nach hier diesen Rest. Ja, und dann ist das Schöne, dass man hier, glaube ich, auch irgendwo klicken kann, was eigentlich die Position ist. Ja, äh, Position, wenn man die anklickt, hier die Position, dann packt er genau da rein, was man hat. Und den ganz, ja, den letzten Rest, den will ich jetzt einfach verkaufen. Und schüss, fertig aus. Dadurch, dass ich zwischenzeitlich das hier miteinander verknüpft hatte und das sozusagen so eine Bracket-Order war, wie so eine Klammer miteinander verbunden, kommunizieren die miteinander und ich muss das nicht händisch anpassen. In meinem Fall, den ich ja jetzt vorhin hatte, habe ich das selbst eingegeben. Das heißt, die sind nicht miteinander verknüpft und die kommunizieren nicht. Und angenommen, hier unten war mein Stop-Loss mit 502 Aktien und ich verkaufe jetzt aber schon 200, 300 Aktien, dann habe ich ja nicht mehr diese Position. Dann wird es also dazu kommen, wenn ich das vergesse am Ende des Tages oder jetzt dreht der Markt, ich wäre nicht plus, minus, null raus und hätte nur was verloren, sondern ich wäre jetzt sogar dann Short. Ja, weil ich ja sozusagen mehr verkaufe, als ich hatte. Und wenn ich plus 10 bin, aber minus 50 gehe, plus 10, minus 50 gibt uns netto minus 40 und minus 40 wäre eine Short-Position. Deswegen bietet es sich tatsächlich an, direkt immer zu sagen, okay, ich möchte den Kram hier kaufen mit einer Limit-Order. Ja, ich möchte den hier kaufen und für den Fall, dass ich da reingehe, ist mein Stop-Loss hier. Und mein Ziel ist hier. Für uns, wir wissen, das ist eine Stop-Market-Sell-Order, das untere, und das obere ist sozusagen eine Sell-Limit-Order. Und das ist eine Buy-Limit-Order. Das hat es jetzt kurz zusammengefasst, wir können das gerne nochmal machen, aber ich hoffe, ihr habt eine Menge gelernt. Und vor allen Dingen haben wir das gemacht, was man machen sollte. Ja, wir haben einfach mit dem Trend gekauft. Das ist ein Demo-Trade, definitiv. Aber ihr seht, ja, auch das hinzufügende Positionen und so weiter und so fort. Und wie man quasi auch Teilstücke realisieren könnte. All das sozusagen Käuferseite, Verkäuferseite. Und eigentlich gibt es, und wenn wir sozusagen hier zurückkommen, gibt es Markt-Limit-Stop. Der Rest ist sozusagen, sind Attribute und Funktionen dahinter, in welchem Kontext man sie nutzt. Ja, aber es ist eben nicht noch was Zusätzliches. Es hat die Funktion, es erfüllt die Funktion dessen. Ja, und der Vorteil auch, wenn man das jetzt so anlegt, ist, dass wenn ich hier reingehe, nur dann passiert was. Würden wir das selbst anlegen, das sozusagen als Sell-Limit, ja, ich mache das mal, das als Sell-Limit einfach, dann bedeutet das, dass ich Short gehe, wenn das zuerst eintritt. Aber wenn ich das hier über TradingView, über die verknüpften Geschichten mache, dann kommen diese Orders nur, wenn ich auch im Markt bin. Das ist der tolle Vorteil. Wenn ich aber jetzt sehr aktiv handeln würde, ja, dann mache ich es tatsächlich so, dass ich jetzt hier kaufe und selbst den Kram hin- und herlege. Aber das, da muss man sich eben auskennen und dann muss das schon super, super gut funktionieren. Das heißt, für euch, ja, für die meisten, unser Einstieg wäre ja exakt eigentlich hier gewesen, Opening Range spricht, oder es testet nochmal den Viva, was ich geschrieben hatte, und hält dann, ja, oder selbst wenn es hier hält, völlig in Ordnung, den Stop und das Tagestief. Das heißt, es geht hier hin, wir kaufen das und zu dem Zeitpunkt, wenn wir das hier kaufen, ja, entweder bei Limit, dann setzen wir, nachdem die Position offen ist oder vielleicht sogar schon vorher, den Stop hier unten hin und das Ziel definieren wir erstmal nicht, denn wir haben ja kein Ziel, wir lassen den Trend so lange laufen, ja, bis entweder Tagesende ist oder tatsächlich dann als Swing Trade, ja, und das ist erstmal das. Abschließend eine Kleinigkeit noch, Time in Force bedeutet erstmal, wie lange soll dieser Order offen bleiben, je nach Broker-Plattform ist das unterschiedlich, GTD bedeutet Good Till Cancelled, also so lange, bis ich entscheide, ich räume hier irgendwo mal meine Orders auf, na, und hier, ach stimmt, wir haben nämlich dort noch die in App, das kann passieren, habe ich jetzt nur Time in Force Day und ich wäre am Tagesende hier noch nicht gefüllt worden, dann habe ich den Vorteil, dann löscht das System das. Habe ich aber hier beispielsweise Woche, dann hätte es sein können, dass ich das komplett vergessen habe und das ist so der Nachteil, wenn ich nicht direkt verknüpfe, wo ist eigentlich dann, wo gehe ich raus, wo ist mein Ziel, ja, oder zumindest die Absicherung, der Stop-Loss, das ist immer wichtig, ja, ähm, und ja, deswegen habt das im Hinterkopf und im Optimal verknüpft ihr das alles immer direkt, das heißt, in diesem Fall würden wir bei, ja, wir würden kaufen per Limit bei 78,50, einfach jetzt eine andere Eingabe-Variante, der Stop-Loss, der muss ja unterhalb des Kurses sein, ja, wir erinnern uns, es ist eine Stop-Funktion, die auch drüber sein kann, aber als Funktion, als Loss, also, ja, wir wollen bei der 77,99 aussteigen, ja, diese Ticks kann man auch eintippen, das sind eigentlich Cents hier in diesem Betrag, na, äh, das bedeutet, wir haben eine Aktie, wir würden damit 51 Cent riskieren und das sind scheinbar von unserem Konto 0,01% oder sowas, so, Take Profit lassen wir raus und nur heute möchte ich diesen Order-Auftrag haben, das heißt, wenn der Markt da hinkommt, dann würde ich da kaufen und dann muss ich gar nichts gucken, denn wenn es hier runter geht, dann habe ich eine Stop-Sell-Market-Order und die würde mich automatisch rauskicken, ja, ob es exakt der Cent ist oder 10 Cent tiefer, das kann sein, ja, das wäre Slippage, aber das ist ganz normal, deswegen runde ich immer, ja, dann, dann geht sich das gut aus, ähm, das wäre es, Leute, das wäre es. Gibt es noch eine abschließende Frage dazu? Wir haben ein bisschen länger gemacht als sonst, das ist ein komplexes Thema, hier steht jetzt ziemlich viel, ich hoffe, ihr habt das Grundsätzliche verstanden, wir haben damit geklärt, Limit, wann werden sie ausgelöst, gibt es Unterschiede? Ja, äh, das haben wir auch geklärt, wir haben aus diesem Jahr-Markt-Beispiel oder Wochen-Markt-Beispiel das gemacht und haben gesehen, ja, genau so würde ich eigentlich das oft aus dem Pre-Market machen, ähm, Stop-Loss ist nur ein Zusatzattribut, weil ich eben in einer Position bin, die Order ist eigentlich eine Stop-Market-Order, ja, aber eben mit der Funktion dann, oh, ich muss aufhören zu verlieren, genau, wir können aber auch mit einer Buy-Stop-Order reingehen, aber dann würden wir sie eben nicht Lost nennen, sondern einfach nur Stop-Order, weil wir ja noch nichts zu verlieren haben, ganz einfach. Wenn es dazu Fragen gibt, ich lade euch das Ganze wie immer hoch, dann kommentiert das einfach und dann werden wir da nochmal dediziert einzelne Typen rausarbeiten, aber ich glaube, das war erstmal ein guter Gesamtüberblick, mit dem wir eine Menge anfangen konnten und ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns demnächst wieder. Macht's gut, schönen Feierabend euch! !